In den heutigen Vivi News gibt es auf jeden Fall ein weiteres sehr starkes Comic, was wir in der Vivi App sehen werden mit einer wichtigen First Appearance. Unter anderem gehe ich nochmal auf das Thema Scams ein, denn hier gehen auf jeden Fall mittlerweile wieder einige rum. Und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal den nächsten Comic Drop an und unter nochmal den Umikos, das und noch sehr viel mehr jetzt im Video. Willkommen onward, ich bin es dein Captain Dine, wie wir Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer kleinen Sparte an News mit dabei, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, starten wir auch direkt an ins Video. Aber erst wenn du auf jeden Fall auch den Kanal abonniert hast und das Video hier geliked hast, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt rein mit dem nächsten Comic Drop, den wir hier sehen werden. Und der ist auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht. Und zwar sind wir nämlich hier Avengers Hashtag 1 aus dem Jahre 1963. Und wie man vielleicht schon auch an der Nummer erkennen kann, haben wir es hier mit Avengers Hashtag 1 zu tun. Das heißt im Prinzip den ersten Comic Buch von den Avengers. Und das heißt im Prinzip auch, wir sehen hier die First Appearance der Avengers in diesem Buch. Das natürlich sehr entscheidend ist, wie jeder weiß, die Avengers sind ein großer, großer, großer Part im MCU. Und dementsprechend hat das ganze Comic hier auch eine gewisse Relevanz. Das ganze Comic wird an dieser Stelle am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und das Ganze natürlich hier auch wie immer mit exklusiven Rare, wie auch Alt-Share-Covern. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch direkt hier mal an. Mir persönlich gefällt jetzt hier die Alt-Share doch schon relativ gut. Die Rare hingegen eher weniger. Ich würde das ganze Comic natürlich aber trotzdem mitnehmen. Nicht nur aus diesem Grund, weil wir hier die First Appearance drin haben von den Avengers. Sondern auch preistechnisch sieht das Ganze auf jeden Fall ziemlich gut aus. Wir haben hier eine 9.6 mit einem Verkaufswert in 2018 mit 194.000 US-Dollar. Das ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Insgesamt wurden bis jetzt auch nur drei verkauft. Und wie man hier auch sieht, die Comics sind schon sehr, sehr hochpreisig. Selbst hier noch eine 5.0 kostet über 5.000 Dollar durchschnittlich. Also auf jeden Fall ein sehr starkes Comic, was wir hier sehen werden. Deswegen für mich persönlich, ich werde den Job definitiv mitnehmen. Ansonsten ein sehr wichtiger Hinweis für alle Leute, die sich in öffentlichen Gruppen auch rumtreiben. Auf Telegram, Twitter und so weiter und so fort. Es gehen momentan auch wieder einige Scams um. Zum Beispiel hier diese in einer Telegram-Gruppe von den Vivi-Traders, wo dann hier ein Vivi-Announcement kam, um hier in einem Giveaway teilzunehmen, um 75.000 Omi-Token zu bekommen. Man muss ganz klar sagen, das Ganze ist überwiegend einfach ein Scam. Bitte seid ihr einfach sehr, sehr vorsichtig. Gebt keinem eure Daten. Niemand wird euch nach irgendeinem Passwort von eurer Meta-Mask oder sonst was fragen. Oder verbindet euch nicht mit irgendwelchen suspekten Sachen. Ich werde hier auf jeden Fall immer auch alle Giveaways von Vivi vorstellen. Das heißt, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann schaut auf jeden Fall hier auf dem Channel vorbei. Wie gesagt, ich werde das Ganze auch immer nur von offiziellen Quellen oder von Leuten, die auf jeden Fall auch, ja, sage ich jetzt mal so vertrauenswürdig sind, überhaupt posten auf diesem Channel. Deswegen, ja, wenn ihr die Sicherheit haben wollt, einfach mal die Videos schauen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz die Jobdetails an für den nächsten Comic-Job. Und zwar nämlich Ultimate Fantastic Four Hashtag 1 aus dem Jahre 2003. Also ein relativ neues Heft, was wir hier sehen werden. Und das schon am Dienstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Natürlich wie immer hier auch mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Rare-Covern. Das Ganze hier, ja, meiner Meinung nach kein wirklich interessantes Comic. Ja, die Ultra-Rare sieht jetzt nicht so schlecht aus. Muss man aber auch ganz klar sagen, ist Geschmackssache. Aber ansonsten haben wir hier natürlich wie immer einen Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 7.500 Stück. Außerdem haben wir hier die First Appearance of Ultimate Fantastic Four drin. Also, ja, auch nicht so uninteressant, wenn man sich aber auch die Preise hier auf Go-Collect anschaut, sieht man eigentlich, ja, wirklich begehrt ist das ganze Comic nicht. Eine 9.9 hier für 170 Dollar, das ist halt einfach nicht gerade viel. Wir haben zwar hier auch bei der 9.8 eine relativ hohe Editionzahl, was gegradet wurde. Nichtsdestotrotz, 85 Dollar ist auch dort leider nichts. Deswegen für mich persönlich ein Skip an dieser Stelle für diesen Drop. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den OMI-Token an. Denn der hat sich dann doch jetzt relativ gut stabilisiert. Wir sind jetzt hier bei einem Preis wieder bei den 2 Nullen und ja, momentan zwar 11,9% im Minus. Das war aber tatsächlich auch abzusehen, dass der Markt jetzt hier natürlich korrigieren wird. Wenn wir uns das hier in den letzten sieben Tagen mal anschauen, ja, dann sieht man insgesamt einen sehr positiven Trend nach oben. Wir haben jetzt hier die Korrektur gesehen vom Top von 12,64 und sind jetzt hier erstmal noch ein bisschen runtergesegelt. Wenn man sich das insgesamt hier auf jeden Fall auch nochmal im Chart anschaut, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier wirklich seit Tagen mal wieder eine rote Candle erst gesehen. Die letzte rote Candle hier vorgestern wurde tatsächlich komplett absorbiert, was schon mal sehr, sehr stark war. Jetzt hatten wir hier tatsächlich auch die Kerze rüber geschafft. Und wenn man sich hier ganz kurz mal unter dieser weißen Linie anschaut, was das Ganze denn hier eigentlich gebrochen hat, dann hatten wir nämlich hier diese Zone, da haben wir nämlich jetzt das High geknackt. Das ist psychologisch gesehen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber auch technisch gesehen sehr, sehr wichtig. Jetzt ist es auf jeden Fall interessant, ob wir hier Support aufbauen können in diesem Bereich. Sollten wir hier auf jeden Fall mehrmals Reaktionen sehen, bedeutet das jedenfalls für mich, dass wir hier Support sehen werden erstmal und ich persönlich auch dann vielleicht noch das eine oder andere Berg nochmal nachkaufe. Ansonsten könnten wir aber auch hier nochmal zu dem Bereich hier unten hinkommen. Rein technisch gesehen wäre das auf jeden Fall in Ordnung. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist natürlich sehr, sehr abhängig jetzt, wie sich der Preis entwickelt, davon, ob Vivi bzw. Ecomi jetzt hier auch relativ schnell das nächste Programm rausrollt. Zum Beispiel das Ticketsystem soll jetzt als nächstes kommen. Sollte das jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen kommen oder schon angekündigt werden, dann denke ich mal, wird der Preis sich definitiv hier in diesem Bereich aufhalten bzw. eventuell auch höher. Ansonsten sehe ich ihn tatsächlich auch hier unten. Das ist natürlich ganz abhängig jetzt davon, wie sich der Markt auch entwickelt, wie viele neue Wale auch dazukommen, die sich Ecomi kaufen, um dann wirklich auch in der App zu staken. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich persönlich deswegen an dieser Stelle momentan noch nicht am Kaufen. Der Markt soll sich an dieser Stelle erstmal hier ein bisschen runterkühlen und nochmal ein bisschen runterkommen. Dann kaufe ich auf jeden Fall an dieser Stelle nach. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend. Und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.